Ab gehts Ganz ruhig IC, mit zwei wir kriegen das hin Wie immer, wir kriegen das immer hin Ahhhh Scheiße, kein Wegpunkt Was zu mir gewohnt Na ja Erwisch Na klasse Na klasse Komm schon, komm schon Was ist, war das alles? Hä? Mist Okay Okay Okay, kein Wegpunkt Das heißt Die Tür, wir müssen irgendwie die Tür aufkriegen Oh, dann wir gehen einfach mal Die Energieknoten? Erwisch Okay Okay Die Frage der Fragen Was machen wir jetzt, Isaac? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Raus können wir nicht Da können wir auch nicht hin Da ist nur der Fahrstuhl Mist Äh So langsam wird's blöd Ich muss hier nen Weg rausfinden Ich muss hier ganz schnell Ah Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon Komm schon, komm schon Ja Und ab dafür Schweinkopf Was hältst du mal draußen? Kameras Mist Mist Hallo Ist hier jemand? Meine Waffe? Woah Oh Mist Schnell weg hier Los, 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 los Oh oh Versteh ich nicht, warum sind die so pissig auf mich? Okay, leise jetzt Die haben mich ganz schön erwischt Aber wir sagen, dass eigentlich noch frei holen Wiederholen, er gibt's noch frei Ha Ob ich den wohl ne Überraschung machen kann? Nehmen wir das Mammut Vielleicht kann ich's ja von oben ein bisschen shoppen Nochmal der Laddorf Na Sie suchen nach mir Sie werden mich nicht finden Wenn's sein muss, jag ich das ganze Ding mit Mit mir und dem Isaac in die Luft So Weiter geht's Sie haben das Gelände aufs Spiel gesetzt Sie Idioten Wenn einer das von den Marker erreicht Aha Okay, das kann ich überhaupt nicht leiden Wenn ich kein Ziel hab Und jetzt ist's sowieso so So dunkel, ne Lieber nochmal speichern So, ihr Pissnirken Das habt ihr davon Du gehst wieder mit Oh Mann Oh Mann Immerhin Elegend Sicherheit Da schleichen sie Ich schleiche Jo, was geht Jo, was geht Bumm Kommt Mann zum Abschluss Und sagt Bumm Oh Au Au Lebst ja noch Willkommen bei Das war wieder verdammt knapp Blöder Mist Vielleicht haben wir ja Glück Und wir gehen heute nicht drauf Was, nur weil ich ne Waffe hab? Oh Mann Tja, das habt ihr davon Na Nicol Isaac Wo willst du hin? Gute Frage Marker Und darum bin ich hier Isaac Und in den Wegszeiten Oh Danke Oh, ich will erst noch das aufnehmen Cool Nicol zeigt mir den Weg Danke Danke, Schatz Oh Danke, Niki Ja, ja Verschlossen, verschlossen Von Sicherheitspersonal Zugriff autorisiert Dankeschön Von mir, du kannst schon unnützlich sein Na klar Natürlich muss ich da runter Ich muss eh mal da runter Audio log Kämmerferbs Forschungslog 43509 Mir gehen die Formen der letzten Sitzung von Patient 4 nicht aus dem Kopf Die finale Konfiguration scheint in Reichweite zu sein Ich könnte sie fast selbst lösen Interessanterweise sagte ich letztens noch zu Travis Dass es fast erscheint, als wolle er, dass wir Erfolg haben So etwas habe ich noch nie gesehen Sobald wir dieses heuristische Stabilisierungsproblem gelöst haben Sollen wir anfangen können Die Schichten des Markers in den Viralen wieder nachwachsen zu lassen Oh, ein Medikit Ist das sehr gut Ob da noch mal Sonst noch jemand, der es mal braucht Dann kann ich jetzt speichern Wunderbar Es verläuft alles noch plan Nein, 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 nein Au, au Oh, Mist Das war für wir Aber